So, willkommen zurück, liebe Let's Play-Gemeinde. Ich mache gerade noch das Licht aus, stapfe gegen meinen Mülleimer und wir fangen wieder an bei Let's Play Dead Space. Ja, es ist auch schon wieder eine Zeit her, seitdem ich das das letzte Mal gespielt habe und wir waren bei der Kurskorrektur in Kapitel 3. Und dort geht es auch weiter. Genau. Wir haben heute den dritten, dritten... Ich hatte heute einen verdammt beschissenen Arzttermin, Zahnarzt und ich musste eine Betäubung schlucken, dann musste ich eine zweite Betäubung schlucken und ich musste eine dritte Betäubung schlucken. Leute, das ist kein Spaß. Für fast vier Stunden war meine rechte Gesichtshälfte komplett gelähmt. Ich konnte zwar noch sprechen, aber den Rest konnte ich quasi vergessen. Ich konnte nichts essen, trinken und nicht die Suppe lief mir aus dem Maul raus. Ja, das war mein Tag heute. Bis ich dann wieder zu Hause war, dann hat es nachher nachgelassen. Ja, dann habe ich ein paar Parts von Lego Races mit Sony Vegas fertig gemacht. Das heißt, ich habe jetzt wieder ein paar auf Lager. Und jetzt spiele ich hier wieder schön am Stück. Schaue mir den tollen Ladebalken an, weil das irgendwie ewig so weitergeht. Im Datenbankbildschirm können Sie jederzeit Ihre Logs abspielen. Ja. Und man fragt sich, warum es einfach nicht weitergeht. Naja, dann will ich meinen Fehler von letztens... Nee, nö. Für mich lädst du noch. Ich gieße mir jetzt erstmal Tee ein. So. Eingeschüttet. So, und jetzt kann es von mir aus weitergehen. Ach, diese... Diese wundervolle... Trägesteuerung. Schauen wir uns eben mal nochmal unser Inventar an. Stasepack benutzen wir mal eben. Wieso habe ich das nicht schon wieder längst benutzt? Egal. Strahlenmunition. Okay, dann benutzen wir die Strahlenkanone auch etwas. Ach, das war ja mit E. Oder? F, E, E. Okay. Ist alles klar bei euch? Ist der jetzt tot oder spackt der nur ab? Okay, er ist tot. Nee, eigentlich ist er nur weg. Oh ja, was für ein Hinterhalt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Kommt näher. So. Hey, die können ja auch schreien. Toll. Aber nichts gedroppt habt ihr. Ihr gierigen Mistkerle. Wieso kriegt man das nicht als Waffe? Das wäre toll. So viel noch mal zum Thema. Immer alles töten. Okay, bei Left 4 Dead würden wir jetzt alle sagen, Boomer! 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 Und wieder mit der Strahlenkanone. Und wieder mit der Strahlenkanone. Vielleicht ist das Spiel ja jetzt so nett und lässt mich mal ein bisschen in das Spiel wieder reinkommen. Vielleicht ist es ja so nett. Und lässt mich. Erstmal keine Schockmomente kriegen. Du bist doch tot, ne? Verdammt! Dann müssen wir jetzt... das benutzen. Warum auch immer. Wo haben wir denn Schaden genommen? Wahrscheinlich schon von vorher. vom letzten Mal, wo wir im Nest waren. Uh! Dort hinten habe ich aber... Wo war denn das jetzt? Da! Ihr wisst, was der blaue Kasten bedeutet? Es ist eine Energieknoten! Haha! Wir haben jetzt... Vier Knoten! Das ist gut. Das ist sehr gut. Was sollen wir jetzt eigentlich genau machen? Runter, runter, runter. Zur Konsole. Okay. Und dann aktivieren wir irgendeine Scheiße. Hier. Ah! Midipack. Luftkanister brauchen wir erst mal nicht. Dann machen wir alles schon so. Zündungssequenz. Zündungssequenz eingeleitet. Bitte warten. Juhu, 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 juhu. Lasst mich schon hoch. Da seid ihr. Heute seid ihr aber viele. Juhu, juhu. Juhu, juhu. Bestätigen. Ach so. Ach. Geronimo! Battle! Komm schon! Das kriegst du hin, Isaac! Komm! Du wirst stärker! Jawohl! Komm! In die Fresse! Und gewonnen! Es steht, keine Ahnung wie viel, zu null! Isaac hat grandios gewonnen. Puh, Strahlmunition! Als hätten wir davon einen Mangel. Nee. Wir haben noch genug. Also. Ist aktiviert. Wird der Zünder bestätigen. Toll! Toll! Und jetzt? Er will uns was sagen. Klub! Ach, ist sie jetzt gleich wieder Schwerelosigkeit oder so? Na, na, na. Mach auf! Es funktioniert. Wir sind online und funktionstüchtig. Endlich ein paar gute Neuigkeiten. Nehmen Sie eine Monorail zur Brücke, Isaac. Ich bringe uns zurück in einem Geospat. Warte, warte. Wir sind noch nicht hier sicher. Das Asteroiden-Abwehrsystem des Schiffes ist offline. Auf dem Weg nach oben müssen wir durch ein Feld mit Trümmern von den Bohrungen. Na toll. Wenn wir das System nicht hochfahren, wird es uns in tausend Stücke zerreißen. Verdammt! Ich werde von hier aus daran arbeiten. Isaac, kommen Sie zu mir auf die Brücke. Sie können hier mehr erreichen als ich. Alles klar. Wie laut das hier ist, das ist unglaublich. Wie laut das Storm ist. Wie laut. Wie laut. Wie laut. Wie laut. Wie laut. Vielen Dank.